Dieses ist das kürzeste Panel. Wir haben ungefähr eine Stunde Zeit hier zu diskutieren und dabei habe ich, denke ich, wenn Sie auch hier nochmal sehen, das Thema Call it off, klingt es hier sehr pessimistisch an. Was für eine Syrien-Politik kann es überhaupt noch geben? Die vorherigen Panels haben ja auch schon einige Schwachpunkte der Zustände in jederlei Hinsicht aufgezeigt. Wir sind im fünften Jahr eines Konfliktes, der zu Anfang schon etwas frustrierend aussah und über die Zeit immer verheerender und immer komplexer geworden ist, mit immer höheren menschlichen Kosten und wir sehen bislang keinen richtigen Ausweg. Gleichzeitig ist natürlich klar, so wird es auch immer weitergehen, wenn eine politische Lösung nicht ins Auge gefasst wird, nicht ernsthaft angegangen wird und deswegen freue ich mich besonders, dass wir heute zwei Leute hier auf dem Panel haben. Wie ich Ihnen gerne vorstellen würde, wenn Sie sie noch nicht kennen, wir haben aus dem Auswärtigen Amt Megel Berger. Er ist Regionalbeauftragter für Nah- und Mittelost und den Maghreb am Auswärtigen Amt hier. Er ist mit der Region schon lange vertraut. Er war auch mal Leiter des Vertretungsbüros der Bundesrepublik Deutschland in Ramallah. Er ist auch ein ausgewiesener Experte für die Vereinten Nationen, wo er stellvertretender Repräsentant der Ständigen Vertretung Deutschlands war zwischen 2010 und 2013 und weil wir natürlich bei der Lösung der Syrien-Krise auf jeden Fall auch auf die UNO hoffen, da aber noch nicht so richtig schlau daraus zu sein, was dort passiert, freue ich mich sehr, dass wir Sie hierzu dann gleich ein wenig befragen können. Ebenso heiße ich willkommen Franziska Brandner, häufig ein Gast hier bei uns im Hause, noch häufiger bei ihrer eigentlichen Tätigkeit als Mitglied des Deutschen Bundestages, wo sie Vorsitzende des Unterausschusses für zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln ist. Franziska Brandner befasst sich seit langem sehr intensiv mit Syrien und wir haben darüber auch schon geredet, als die Krise wirklich angefangen hat. Also wir haben hier eine ganz langfristige Perspektive und natürlich ist es auch spannend zu sehen, wenn wir vielleicht auf Regierungsseite relativ wenig Ansätze sehen, wie man hier wirklich Fortschritte erzielen kann. Was sagt denn die Opposition dazu? Sieht es da besser aus mit den Vorschlägen? Und welche konstruktiven Dinge können wir hier vielleicht mitnehmen? Herr Berger, ich würde am liebsten Ihnen zuerst das Wort geben. Wie gesagt, Sie können hier fünf bis zehn Minuten aus dem Vollen schöpfen, danach werden wir mit Fragen auf Sie zukommen. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung. Ich hätte gerne mehr von dieser Veranstaltung mitbekommen, bin aber jetzt erst gerade aus Brüssel zurückgekommen zu einem anderen heißen Thema, das uns natürlich auch sehr umtreibt, nämlich der Situation in Gaza und in palästinensischen Gebieten. Deswegen die Einführung mit den Vereinten Nationen. Vielen Dank. Ja, die Vereinten Nationen stehen natürlich auch bei der Frage der Lösung des Konflikts in Syrien in einer zentralen Rolle. Und im Moment führt der VN-Sondergesandte, Stefan de Mistura, sogenannte Konsultationen durch. Er hat Anfang Mai damit begonnen und er hat im Grunde all die Staaten, aber auch Organisationen, zivilgesellschaftliche Vertreter eingeladen, die in Syrien eine Rolle spielen und Ideen beitragen können zu Ansatzpunkten für eine politische Lösung. Es war im Grunde ein Ausfluss, auch eine Überlegung innerhalb der Vereinten Nationen, nachdem sein Ansatz, den er sieben Monate lang verfolgt hat, nämlich eine Waffenruhe, einen sogenannten Freeze in Aleppo hinzubekommen, nachdem das mehr oder minder klar war, dass das zum Scheitern verurteilt war, hat er sich jetzt für diese Konsultationen entschieden. Und der UNO-Generalsekretär hat ihm mitgegeben, als er beim Gipfel der Arabischen Liga war, hat er davon gesprochen, Stefan de Mistura müsse versuchen, die Ergebnisse, das Kommuniqué von Genf I zu operationalisieren. Jetzt ist die große Frage, was ist damit gemeint? Also zum einen, Genf I ist eben die einzige von allen Seiten anerkannte Grundlage für eine politische Lösung. Die Frage ist, was hat sich seit dem Abschluss von Genf I verändert? In der Region politisch natürlich vor allem die Stärkung von ISIS als einem ganz zentralen Faktor in Syrien und Irak. Und die Frage, wie kann man versuchen, vor allem die Gestaltung einer möglichen Übergangsregierung, wie kann man das angehen und versuchen, mit Inhalten zu füllen? Ich werde morgen die Gelegenheit haben, in Genf mit Stefan de Mistura zu sprechen und ihm die Ideen, die Vorschläge der Bundesregierung mitzugeben. So gesehen passt das jetzt hier sehr gut, dass wir diese Veranstaltung haben, um auch diese Ansatzpunkte noch mal gemeinsam zu diskutieren. In aller Kürze gesagt, ich habe den Eindruck gehabt, so in den letzten Wochen, dass es mehr und mehr Länder gab, die verstanden haben, dass wir über politische Ansätze nachdenken müssen. Und ich fand vor allem sehr interessant, dass Russland einer der zentralen Unterstützer und der zentrale Unterstützer im VN-Sicherheitsrat für das Assad-Regime in Moskau zu zwei Konferenzen eingeladen hat, die natürlich, kann man sagen, in gewisser Form regierungslastig waren, aber wo doch nachgedacht wurde über politische Ansatzpunkte. Wir hatten eine ähnliche Entwicklung in Ägypten. In Bayern, in Kairo hat es eine Konferenz gegeben. Paris war eine Plattform für die nationale Koalition und die sogenannte Inlandsopposition. Und wir hören von Saudi-Arabien, dass man in Riyadh daran denkt, in den nächsten Wochen die gesamte Bandbreite der syrischen Opposition einzuladen. Das heißt, was wir sehen und auch vor allem mit dem neuen Präsidenten der nationalen Koalition, Herrn Koja, den wir im März auch hier in Berlin hatten, Er ist jemand, der versucht, auch seine Politik auf eine breitere Grundlage zu stellen, Brücken zu bauen, eine Art Plattform zu bieten, auch für andere Gruppen, solange natürlich aus seiner Sicht die Federführung der nationalen Koalition anerkannt ist. Das heißt, wir hatten so den Eindruck, in den letzten Wochen hier bewegt sich zumindest millimeterweise etwas in Richtung politische Ansatzpunkte. Jetzt habe ich aber dann doch in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, dass sich das Ganze wieder dreht, leider hin zu einer Rückkehr zur militärischen Logik. Was genau dahinter steht, darüber wird viel spekuliert. Sie werden das auch in den Medien gesehen haben, der Wechsel in Saudi-Arabien, eine neue Führung, eine konservativere Führung, eine gewisse Annäherung zwischen Saudi-Arabien und der Türkei und Katar. Wie konkret das wirklich ist, können nur die Beteiligten sagen. Aber was wir in Syrien gesehen haben in den letzten Wochen, ist eben der Zusammenschluss verschiedener Oppositionsgruppen, ganz stark natürlich auch im islamistischen Lager bis hin zur Nusra-Front. Und wir haben gesehen, dass sich das ausgewirkt hat, militärisch, in Idlib, die Eroberung der zweiten Provinzhauptstadt. Wir haben gesehen, dass es im Süden gelungen ist, im Frühjahr eine sehr wichtige Offensive von Hezbollah und mit Unterstützung des Iran durchgeführte Offensive zurückzuschlagen. Die Opposition hat jetzt den zweiten Grenzübergang zu Jordanien unter Kontrolle gebracht. Wir hatten jetzt den Vormarsch von ISIS und der Verlust für das Regime des letzten Grenzübergangs in Richtung Irak. Das heißt, das Regime in Damaskus verfügt über keine Grenzübergänge mehr in Richtung Jordanien und in Richtung Irak. Diese militärische Logik hat jetzt bei manchen in der Opposition dazu geführt, jetzt aus meiner Sicht voreilig vom Ende des Regimes zu sprechen. Das sehen wir eindeutig nicht. Was wir sehen, ist eine gewisse Schwächung. Wir sehen auch, dass das Regime zunehmend sich zurückzieht auf die Bereiche, die es unbedingt verteidigen will, nämlich Damaskus, das alawitische Gebiet um Latakia herum und der Landstreifen dazwischen. Das sind die Kerngebiete, die das Regime weiter verteidigt. Wir sehen, dass Assad immer mehr Probleme hat, ökonomisch seine Anhänger überhaupt zu finanzieren. Die Realeinkommen sind gesunken, eine Hyperinflation. Syrien und Assad ist immer stärker abhängig von ausländischer, sprich Milizenunterstützung, iranischer Unterstützung. Unsere große Sorge, und das ist auch etwas, was wir mit dem Istura morgen besprechen wollen, ist der mögliche Zusammenbruch der Institutionen in Syrien. Das gilt es zu verhindern. Das ist, glaube ich, neben der Beendigung dieses Krieges ein ganz zentrales Ziel. Nur solange die Institutionen Syriens erhalten sind, kann es wirklich gelingen, dieses Land dann auch wieder zu stabilisieren. Und die Frage ist, wer bringt Assad bei, dass er in Syrien keine Zukunft hat? Ich kann mir schlichtweg keine Lösung vorstellen, in der Assad eine Rolle spielt. Niemand in der Opposition, niemand hätte Vertrauen zu einer Person, die verantwortlich ist für den Tod von 250.000 Menschen und dessen Umgebung die Geheimdienstleute, die Sicherheitsleute verantwortlich sind und dieses Regime sehr personalisiert in streng und klar im Griff haben. Die Frage ist, kann ein Übergang gelingen? Kann auch der Iran überzeugt werden als ein ganz zentraler Akteur, diesen Übergang mitzugestalten? Und zwar aus Eigeninteresse, würde ich sagen. Russland, Iran, auch diese beiden Länder müssen ein Interesse daran haben, dass eine Situation eintritt, völliger Anarchie und Übernahme der Macht durch islamistische Gruppen. Daran ist uns in Europa nicht gelegen, daran ist in den USA nicht gelegen, aber aus meiner Sicht kann eben auch Russland und Iran daran nicht gelegen sein. Hier ist auch die Frage gestellt nach den Ansatzpunkten für die europäische Politik. Ich würde das vielleicht der Diskussion überlassen und will abschließend nur noch auf einen Punkt hinweisen. Was wir sehen bei dieser extremen Komplexität des Konflikts in Syrien ist die zentrale Rolle auch der regionalen Dimension und der regionalen Dynamik. Die Frage des Verhältnisses zwischen Saudi-Arabien und Iran ist eine ganz zentrale Frage, die sich auswirkt im Irak, im Libanon, im Jemen und wir hoffen natürlich, dass es gelingt durch den Abschluss der Nuklearverhandlungen Ende Juni und dann hoffentlich auch deren Abschluss endgültig dann auch und deren Zustimmung im US-Kongress, dass wir dadurch hoffentlich eine neue Dynamik in der Region generieren können, die einen positiven Einfluss haben kann. Ich sage das mit aller Vorsicht, weil ich weiß, dass es auch Stimmen gibt, die ganz anders argumentieren, aber unsere Hoffnung ist, dass es gelingen könnte mit dem Nukleardeal zum ersten Mal seit 10, 15 Jahren in dieser Region wieder einen fundamentalen politischen Erfolg zu erreichen und wir hoffen, dass das dann auch dazu beitragen kann, eben diese regionalen Krisen anzugehen und möglichst auch gemeinsame Ansätze zu entwickeln. Das gilt, wie gesagt, nicht nur für Syrien, sondern auch für andere Länder und im Mittelpunkt steht hier eine Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Iran. Dabei will ich es vielleicht erst mal bewenden lassen. Vielen Dank. Ich würde da gerne direkt noch eine Nachfrage stellen. Sie sagen, es gibt die Konsultationen in Genf, Sie haben die Gespräche in Kairo erwähnt, in Paris, in Moskau und das dort nachgedacht wird. Davon gehen wir aus, darauf hoffen wir auch. Aber können Sie vielleicht einige Punkte nennen? Gibt es irgendwelche Themen, irgendwelche Bereiche, in denen klar ist, hier kommt tatsächlich etwas Substantielles zustande? Hier ist aus Moskau ein wichtiger Punkt, der nach Genf jetzt mitgenommen wird. Gibt es irgendetwas, das letzte, von dem wir in der Tat öffentlichkeitswirksam hörten, die Vorstellung der Waffenruhe in Aleppo waren? Was sind die neuen Themen oder die alten jetzt wieder mitgebrachten? Ja, also ich befürchte, da muss ich Sie etwas enttäuschen, denn genau diese Aufgabe wird oder hat Demis Thura vom VN-Generalsekretär mitbekommen. Er wird Mitte Juni im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vortragen und die Erwartung ist, dass er aus diesen ganzen Gesprächen im Grunde auch ein paar konzeptionelle Ideen herausdestillieren kann. Bei Moskau, und weil Sie das erwähnt haben, ging es natürlich darum, aus russischer Sicht Assad eine Rolle im Übergangsprozess zu geben. Also die entscheidende Frage ist, und hier steht ja auch in diesen Fragen zu dem Panel, wer redet mit Assad? Mit Assad redet der Sondergesandte der Vereinten Nationen. Das ist seine Aufgabe, diesen Dialog mit Assad und seinem Regime zu führen. Und die große Frage ist natürlich, kann man sich einen Übergangsprozess vorstellen, wo für eine gewisse Zeit während dieser Übergangszeit Assad an der Macht bleibt und er derjenige ist, der Wahlen mit vorbereitet, eine Verfassungsänderung und dann an eine gewählte Regierung übergibt. Mir fehlt ehrlich gesagt die politische Fantasie, mir das vorzustellen. In Moskau scheint die vorhanden zu sein, aber das zeigt ihn so ein bisschen, die Meinungen gehen hier noch auseinander und die ganz zentrale Frage ist natürlich Assad, wie kann man ihn loswerden, welche Rolle kann er haben und daran, das ist der Kristallisationspunkt für viele. Vielen Dank. Franziska, wie sieht das aus deiner Perspektive aus? Ich würde vielleicht noch mal da anfangen, wo Sie aufgehört hatten bei der Frage auch mit Iran, weil natürlich, glaube ich, wissen alle, dass es so eine Iran-First-Policy gerade erst mal gibt, also im größeren Rahmen erst mal das Abkommen mit dem Iran und dann gibt es einerseits die damit verbundenen Hoffnungen, dass man dann vielleicht etwas mehr Flexibilität hat, auch mit Hinblick auf Syrien. Es gibt andererseits natürlich die Befürchtungen, dass dann Saudi-Arabien sich noch eher in die Enge gedrängt fühlt und noch stärker die militärische Allianz, die Sie angesprochen haben, noch stärker fährt. Ich glaube, da sind Hoffnungen und Befürchtungen gleich stark. Also ich kann mich nicht komplett dazu durchreißen, zu sagen, das wird nur dann einfacher. Aus vielen Gesprächen, die ich auch in den letzten Wochen geführt habe, habe ich schon das Gefühl, es wird es vielleicht auch zumindest zu einem Teil schwieriger machen, gerade mit Hinblick auf Saudi-Arabien. Und da finde ich, muss man noch mal gut wirklich überlegen, wie man damit umgeht. Und eben für uns, sage ich mal, Deutsche ist dann natürlich immer die schwierige Frage, wenn man Saudi-Arabien-Ängste nehmen will, was bedeutet das dann? Hat es auch unannehmliche Konsequenzen? Das finde ich ein bisschen schwierige Fragen. Also wenn man will, dass es die Iran-Verhandlungen und vielleicht, also hoffentlich ihr Ergebnis positive Auswirkungen hat auf den Konflikt, glaube ich, muss man wirklich schauen, was passiert mit Saudi-Arabien und den anderen Partnern, die sonst da vielleicht noch enger zusammenrücken, als man das militärisch, sage ich mal, da will. Die andere Seite ist die, dass ich es interessant finde, Sie haben auch wegen der militärischen Seite gesprochen, und ich glaube ehrlich seit eher ohne stärkeres militärische Druckmittel wird man auch keine politische Lösung bekommen. Das glaube ich ziemlich fest und es ist interessant in dem Hinblick, dass ja die Türkei und die USA diese Woche endlich angefangen haben, dieses Train-in-equip in der Türkei durchzuführen. Das war ja schon im Februar verabschiedet, aber hat ja sehr lange gedauert, bis es jetzt angefangen wurde, weil man sich ja nicht einig war, Sie korrigieren mich, Sie haben wahrscheinlich bessere Informationen, ob man jetzt als Hauptfeind oder nur Feind ISIS oder auch das Regime hat, wo sich die Amerikaner natürlich eigentlich nur ISIS wollten und die Türkei noch ein bisschen andere Sicht hatte, aber sich jetzt offensichtlich geeinigt hat und ich fand es nochmal ganz interessant, dass in den türkischen Zeitungen auch drin stand, dass das auch mit With Air Protection passieren wird und das aus den USA nicht negiert wurde und da wird, finde ich, interessant zu sein, zu sehen, was das bedeutet with Air Protection und ob das de facto zu einer Art No-Fly-Zone in den Gebieten im Norden führen wird und was das dann wieder für Konsequenzen hat, auch für die Region, wenn es dazu beiträgt, dass die Fassbomben nicht mehr fliegen und man dort vielleicht wirklich vor Ort was aufbauen kann, wäre das positiv, wenn es eher zu einer, sag ich mal, unausgesprochen, aber de facto eine Eskalation führt jetzt für die Leute vor Ort auch nicht schöner. Aber das ist, finde ich, gerade so zusätzlich interessante Entwicklung, die ich zumindest sehe, die haben es jetzt nicht in dem Sinne erwähnt gehabt, aber ich glaube, das darf man nicht unterschätzen und zeitgleich ist ja auch noch nächste Woche in Paris das Treffen zu der großen Anti-ISIS-Koalition, das, glaube ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, da geht es natürlich auch um den Irak, aber auch um Syrien und soweit ich verstanden habe, ist es Frankreich sehr wichtig, dass man eben stärker auf diese politische Lösung drängt, sowohl im Irak als auch in Syrien und Fabius ja sehr starke Worte jetzt benutzt hat, indem er gesagt hat, wenn wir nicht step our political international commitments, dass dann einfach Syrien eben zerfällt und der Irak de facto eh schon zerfallen ist oder am zerfallen ist und ich glaube, das könnte vielleicht auch nochmal eine neue Dynamik bringen, mich würde das interessieren, Herr Berger, auch von Ihnen, wenn Sie da nächste Woche hinfahren als Deutschland, was ist dann dort Ihre Position, Ihre Haltung, wie könnte denn wirklich, also das ausschauen, Sie haben jetzt gerade angedeutet, da gibt es natürlich noch massiv Unterschiede, aber das ist jetzt ja nichts Neues, also dass irgendwie die Russen eine Übergangsregierung gerne mit Assad haben, das ist da zwei, drei Jahre, diese Position, das hört sich nicht nach so einem besonderen großen neuen Schritt an und ich schon den Eindruck habe, man bräuchte da eine regionale Friedenskonferenz, also etwas Größeres, wo man auch den Druck erhöht, es öffentlicher auch dadurch zum gewissen Grad macht, wo alle dabei sind, glaube aber nur, dass man eben da auch hinkommt mit einer stärkeren Drohung, ich habe nicht so einen Eindruck, ja, dass Assad jetzt in der Situation, er ist ja schon lange jetzt in dieser Situation und ich weiß nicht, warum sollte er gerade jetzt aufgeben, also, sobald Sie haben gefragt, wer redet mit Assad, wer überzeugt ihn, das ist ja, was müsste sich denn fundamental wirklich so geändert haben, dass er jetzt sagt, jetzt gebe ich auf, okay, er hat nicht mehr die Grenzübergänge, aber gut, Sie sagen, er hat immer noch seine Strongholds, strategisch zieht er sich zurück, aber vor einem Vierteljahr sah es noch so ganz wieder anders aus, so und es kann sich in einem Vierteljahr auch schon wieder geändert haben und ich würde nicht unbedingt tippen, dass Assad, was wir zumindest hören, jetzt einen Eindruck hat, weil sich jetzt gerade gegen ihn dreht, dass es für immer vorbei ist, auch wenn wir das, glaube ich, von außen so sehen, dass die Gefahr ziemlich groß ist, dass die Institution das an sich zusammenbricht, aber ich weiß nicht, ob das die Innenperspektive ist, die dann dazu führen würde, dass da von alleine mehr Vernunft einkehrt. Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Erwartung ist, dass Assad bereit sein könnte, er als Person sich auf den Prozess einzulassen. Ich glaube, wenn man das mal so zugespitzt sagen darf, für Assad und seine engste Umgebung ist das eine Sache von Leben und Tod. Ich glaube nicht, dass es eine Sache eines politischen Kompromisses ist. Die Frage ist deswegen eher für mich, diejenigen, die ihn umgeben, diejenigen, die ihn unterstützen, wann werden die das Gefühl haben, dass die Risiken im Grunde überwiegen? Und deswegen hatte ich vorhin eben auch erwähnt, diesen zunehmenden Kontrollverlust über die eigene Wirtschaft, das wird zwar alles noch am Laufen gehalten durch russische und iranische Hilfe, auch der zunehmende Kontrollverlust, was die Armee angeht. Er hat immer noch eine schlagkräftige Armee, aber er braucht immer mehr, immer stärker Milizen, Isbollah, Iran. Das ist eine klare Tendenz, die man sehen kann. Sie haben diese Anti-ISIS-Koalition erwähnt. Sie sagen, das ist politisch gesehen ein Erfolg gewesen, dass es gelungen ist, über 60 Länder, die alle im Grunde auch verschiedene Ansätze haben, unter diesem Dach zu vereinen. Was ich persönlich als schwierig empfinde, ist die sehr starke Konzentration der USA auf Irak, aus politisch für Obama vielleicht naheliegenden Gründen. Die Frage ist, was wird das für Syrien bedeuten? Selbst wenn es gelänge, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren ISIS aus dem Irak zu verdrängen, würde dann ISIS quasi mit dem Rest seiner Kämpfer nach Syrien hineingedrängt. Eine Verschärfung des Konflikts. Und ich glaube, hier ist es auch ganz wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass für uns in Europa Syrien mindestens genauso wichtig ist wie der Irak. Das ist nicht nur die erwähnte Zerstörung einer Kulturnation, sondern das Destabilisierungspotenzial, was ausgeht von diesem grauenvollen Bürgerkrieg, betrifft ja die gesamte Nachbarschaft. Und ich glaube, Sie hatten vorher ja auch das Thema Flüchtlinge diskutiert. Wir waren vor zwei Wochen mit Minister Steinmeier in Jordanien und Libanon. Beides Länder, die mit einer unglaublichen Bereitschaft Flüchtlinge aufgenommen haben, aber glaube ich, wirklich am Limit dessen sind, was sie selber verkraften können. Iran first, ja, ganz eindeutig, also die politische Priorität in der Region, würde ich sagen. Der Fixpunkt der Politik in der Region ist im Moment die Nuklearverhandlung. Mit den erwähnten Ängsten, weil natürlich viele sagen in den Golfstaaten, wir hören die iranische Außenpolitik und ihre freundlichen Töne, aber wir sehen gleichzeitig die Revolutionsgarden, die Zündeln in Bahrain, in Jemen, im Irak, in Syrien unterstützen Hisbollah. Solange der Iran keine andere Politik einschlägt, wird jede Zusammenarbeit schwierig. Trotzdem glaube ich, und das ist wirklich unsere Hoffnung und Erwartung, dass Rouhani als Präsident im Falle eines Nuklearabkommens innenpolitisch im Iran gestärkt aus dieser Sache hervorgehen wird. Wir erwarten keine Änderung über Nacht, das wäre naiv, aber ich glaube schon, auch mit Blick auf die Wahlen im Iran 2016, dass es gelingen wird, schrittweise den Iran davon zu überzeugen, dass eine konstruktive Politik auch in seinem eigenen Interesse ist. Und damit verbunden wären eben Auswirkungen nach Syrien hinein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer verhärteten politischen Situation es irgendeinen Spielraum für eine Lösung gibt. Und deswegen wir können uns glaube ich viele schöne Konzepte überlegen, wie man diesen grauenvollen Krieg in Syrien politisch lösen könnte. Solange die Kernakteure in der Region nicht bereit sind, sich an einem Tisch zu sitzen, und Sie haben diese Regionalkonferenz erwähnt, zu Recht, solange diese Bereitschaft nicht da ist, werden wir zu keinem Erfolg kommen. Das ist, glaube ich, die traurige Realität. Und so gesehen natürlich, sagen wir mal, wir sind jetzt nicht mehr allzu weit entfernt von hoffen, dass dann wirklich im Herbst eine neue Dynamik entstehen kann. Und das gilt nicht nur für Syrien, das gilt auch sehr stark für den Nahen Osten, für Gaza, für Palästina, auch dort in Israel. Alle schauen im Grunde darauf, wie sich das regionalpolitisch auswirken wird. Nun ist es ja bei dieser Konsultationsrunde in Genf auch so anders als bei Genf 2, dass auch der Iran mit einbezogen wird. Wie sehen Sie das? Ist es schon ein Fortschritt? Ist es weil Iran tatsächlich auch ein authentisches Interesse an einem Prozess in Syrien hat? Oder ist es eher eine Geste des guten Willens des Irans, weil er eben darauf spekuliert, im Nuklear die Fortschritte machen zu können? giebte gibt es gibt es was was mit? Wie substanziell ist es, was Iran hier einbringt? Der Iran hat ja vor einem sogenannten Vier-Punkte-Plan zu Syrien vorgestellt, hat dann aber keine Anstalten mehr unternommen, wirklich zu versuchen, an einer politischen Lösung weiterzuarbeiten. Aber klare Antwort, wir begrüßen die Einladung an den Iran. Der Iran ist zwar Kriegspartei in Syrien, das muss man ganz klar sehen, aber er ist ein zentrales Element für die Lösung. Ohne und gegen den Iran, glaube ich, wird es in diesem Syrien-Bürgerkrieg keine Lösung geben. Das hat natürlich auf Seiten der Opposition für Ärger gesorgt, aus dem von mir genannten Grund, aber zum Glück ist der Dialogfaden zwischen der nationalen Koalition und Stephan weitergehen. Aber wie gesagt, wir müssen Iran einbeziehen. Wenn es nach uns gegangen wäre, wäre Iran auch schon bei Genf 2 am Tisch gesessen. Ich wollte noch was dazu, also dass Iran dazugehört, haben wir, glaube ich, mehrere von uns schon ganz früh immer gefordert gehabt. Ich finde es übrigens nochmal wichtig, ich glaube, da Mistura versucht das auch, aber vielleicht, glaube ich, sollte man es nochmal vorstellen, dass in diesem Konsultationsprozess man den auch öffnet, zu der Zivilgesellschaft und das versucht er, soweit ich das weiß. Das halte ich auch nochmal wirklich für wichtig, dass man nicht nur die offiziellen Vertreter hat, egal wie legitim oder self-proclaimed oder auch wirklich mit einem Hintergrund haben, sondern dass man versucht, das zum Beispiel durch Online-Mechanismen, durch unterschiedlichste Wege breiter aufzustellen. Und Sie haben es ja selber gesagt, im Sinne von Iran first, dauert es noch etwas und dass man aber dann diese Zeit auch wirklich nutzt, weil vorher wird de facto sich nichts bewegen, dass man die Zeit nutzt, es sauber vorzubereiten und eben auch breiter aufzustellen. Und das, glaube ich, wäre noch eine Sache, wo mich interessieren würde, inwieweit Deutschland zum Beispiel versucht, diesen Prozess, die Konsultationen zu öffnen, in weitere Bevölkerungsgruppen hinein, in Syrien auch voranzubringen, um dadurch auch hinterher eine stärkere Anbindung wiederum zu haben. Und eines der Probleme häufig ist, bei einigen Gruppen zumindest das Gefühl, es ist eben von außen gesteuert und um dem entgegenzuwirken. Würde mich interessieren, haben Sie da gezielte auch Ansätze oder mit Unterstützung, was Sie dort machen, um das zu stärken, dieses Element zu stärken? Das ist natürlich in der Tat ein ganz wichtiges Element und aus unserer Sicht gehört die Zivilgesellschaft selbstverständlich mit dazu. Stefan Demistura hat keine Liste veröffentlicht der Gesprächspartner. Ich weiß nicht, ob er das noch machen wird, aber ich glaube, es ist auch seine eigene Überzeugung, dass er die Vertreter der syrischen Zivilgesellschaft hören möchte und ich glaube, wir gehören zu den Ländern, die über die Arbeit der politischen Stiftungen, aber auch über unzählige Nicht-Regierungsorganisationen verschiedenste Impulse auch aus Syrien bekommen und das auch mit in unsere Überlegungen mit aufnehmen. Also ich glaube, das ist wichtig, das muss gefördert werden und ich denke, wir laufen da bei ihm offene Türen ein. Ich würde gerne nochmal auf die Rolle der UN zurückkommen, gerade aus Kreisen der Grünen in den Anfangsdiskussionen, die wir 2011, 2012, 2013 auch noch geführt haben, wenn wir zu Gesprächen mit Abgeordneten waren, da war immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ein Achselzucken unter einigen da war, was sollen wir denn überhaupt tun, wir können ja überhaupt nichts tun, weil die UNO hier keine Politik hat. Jetzt ist es so, dass wir seit einem Jahr, etwas mehr als einem Jahr, eine Resolution des Sicherheitsrates haben, in der unter anderem vielleicht als wichtigstes für die Leute in Syrien die Fassbomben erwähnt werden, dass es ein Ende der Fassbomben Abwürfe geben soll. Wir haben seit zwei Monaten eine Resolution, noch einmal vom Sicherheitsrat, in der es noch sehr viel konkreter ist, hier geht es um den Einsatz von Giftgas, explizit wird Chlorgas genannt, auch wenn Obama ein Fragezeichen darüber wirft, ob man Chlorgas jetzt wirklich als Giftgas sehen kann. und in dieser Resolution, die am 6. März dieses Jahres verabschiedet wurde, steht eben auch explizit, dass man auch hier auf Kapitel 7 zurückgreifen könnte, also dass militärische Drohung oder Androhung militärischer Gewalt eben nicht mehr so fern ist. Ich finde es trotzdem erstaunlich still darum, weder in den Medien noch aus politischen Kreisen sehe ich, dass das die Diskussion vorangebracht hat, obwohl jetzt eine der Bedingungen eigentlich erfüllt ist, diese Diskussion zumindest zu führen. Wie siehst du das? Ich sehe das ähnlich, ich habe es übrigens immer wieder erwähnt im Sinne von, also dass Syrien auch dafür steht, dass internationales Recht und internationale Organisationen eigentlich irrelevant zum gewissen Grad sind, weil selbst wenn es eben diese Ergebnisse gibt, diejenigen, die sie selber beschlossen haben, nichts dafür tun, dass es umgesetzt wird. Das war übrigens auch schon bei dem Zugang zur humanitären Hilfe so. Erinnern Sie sich vielleicht, dass es ja lange darum gerungen wurde, darf humanitäre Hilfe auch ohne Assads Zustimmung ins Land oder ohne die der, muss nicht er persönlich sein, aber von seinem Regime, das war ja lange, wurde darum gerungen, dann gab es den UN-Beschluss, der gesagt hat, ja, und das hat ja dann noch ewig gedauert, bis dann trotzdem was passiert ist, wo ich auch gedacht habe, also ich erinnere mich noch in Brüssel gut an die Diskussion mit George Ewa, habe gesagt, bitte, bitte jetzt endlich, und die hatten am Anfang gesagt, wir haben aber nicht so eine Grauzone rechtlich und wenn wir denn mit der VN ein Sicherheitsratsmandat hätten, dann vielleicht, und dann lag es auf dem Tisch und es hat sich trotzdem nichts bewegt und da habe ich dann auch gedacht, meine Güte, woran hängt es denn da noch und das war ja, da ging es ja sogar nur um humanitäre Hilfe, die endlich geliefert werden könnte und jetzt haben wir sogar noch weitreichendere, ich finde vor allem wichtig mit Hinblick auch auf die Fassbomben und eben wie gerade erwähnt, die Chlorgasfragen, deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich glaube, man muss den militärischen Druck da erhöhen, also ich, und eigentlich müssten das auch die Kräfte machen, die diese Sicherheitsratsresolution mit verabschiedet haben und zumindest, ich versuche das immer auch wieder bei uns in der Fraktion einzubringen, ich thematisiere das, ich finde, dass man in Deutschland relativ, also zumindest in dem politischen Spektrum vom Ministerium, können sie was anderes sagen, aber was ich wahrnehme ist eher so eine apathische Haltung bei diesem Thema und das ist alles so komplex und so kompliziert und bitte nicht auch noch und die Syrer ein bisschen dafür den Preis zahlen, dass in Libyen das vielleicht nicht genauso gegangen ist, wie man das wollte. Das habe ich so das Gefühl, dass es zumindest politisch ist, zahlen die Syrer einen Preis dafür, was geschehen ist in Libyen und was da vielleicht nicht im Nachgang so gelaufen ist, der internationalen Interventionen, wie das hätte laufen sollen und dass da deswegen auch so ein Unwillen da ist und man macht alles halbherzig und das finde ich eigentlich noch so mit das Schlimmste, also das finde ich haben wir Deutschen genauso gemacht, die Unterstützung der Opposition halbherzig, nie mit voller Kraft, wohlwissend, dass andere es dann stärker tun werden und andere Teile der Opposition dadurch gestärkt haben, das hat man in Kauf genommen, das haben die Amerikaner so gemacht, die Europäer und jetzt geht es eigentlich immer so halbherzig weiter, also man versucht etwas, aber eigentlich nicht so mit voller Kraft und ich finde, das hat de facto dazu geführt, dass es eben permanent schlimmer wird und eigentlich zum Ergebnis führt, wo ich auch kein, also wo man objektiv sagen muss, ist eigentlich von keinem eben wirklich im Interesse, aber die, ich finde die Debatten dazu fehlen bei uns, ja ich habe gesagt, dass man das immer wieder einbringt, auch die Berichterstattung finde ich jetzt zum Beispiel über den Damistura-Prozess ist in Deutschland sehr gering, also ich finde es so gut wie keiner weiß, dass es jetzt seit, wie viel, seit zwei Wochen oder so dieser Prozess, Anfang Mai, genau, wir sind schon Ende Mai, aber dass dieser Prozess losgetreten wurde, ich finde es wissen relativ wenige, dass nächste Woche dieses Anti-ISIS-Koalition Treffen ist, also ich finde es gibt extrem, es gibt immer die Informationen über die Einnahme von ISIS von irgendwelchen Städten oder Rückeroberung, das kriegt man mit und alles andere kriegen Leute wie irgendwie, ja ihr, ich und die Interessierten hier wahrscheinlich im Publikum mit, aber ansonsten wird darüber relativ wenig berichtet und dadurch entsteht auch nicht eine Stimmung dafür, ein Druck, sich da stärker politisch für zu engagieren, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wo ich mich auch immer wieder wundere, warum wird darüber so wenig berichtet, warum ist es so wenig bekannt. Ich würde bei Ihnen gerne noch eine Frage hinzufügen, also Herr de Mistura hat ja nun wahrlich keine dankbare Rolle, seine Vorgänger hatten keine dankbare Rolle, die UN wird im Nahen Osten traditionell glaube ich etwas kritisch gesehen, weil man immer annimmt, mit doppelten Standards wird hier gemessen und umgesetzt, würde es Herrn Mistura und seiner Mission nicht den Rücken stärken, wenn diese beiden UN-Resolutionen stärker im Vordergrund stünden und wenn irgendwo erkennbar wäre, dass jemand tatsächlich insbesondere die Mächte, die sie eben unterzeichnet und mitgetragen haben, auch einen Willen haben, diese umzusetzen? Ja, das bringt uns zu dem alten Dilemma der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind immer nur so gut, wie die Mitgliedstaaten bereit sind, eben eine Politik mitzumachen und wir haben das eben sehr, sehr schmerzhaft erlebt, als Deutschland 2011, 12 im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen war und neben Libyen, Syrien eben das ganz zentrale Thema war und man von Anfang an eben gesehen hat, dass Russland nicht bereit war, in irgendeiner Weise einen Druck des Sicherheitsrates auf Assad und sein Regime zuzulassen. Und am Anfang Kofi Annan als der erste Vermittler mit großem Prestige, als früherer Generalsekretär, hat damals ja einen Sechs-Punkte-Plan vorgelegt und man hatte den Eindruck, dass es gelingen könnte, alle Seiten darauf festzunageln und Russland war letztlich nicht bereit, diesen Druck auf Assad auszuüben. Und dieses hat sich dann wie eine rote Linie durchgezogen und hat damit natürlich auch verhindert, dass die internationale Gemeinschaft im wichtigsten Organ, nämlich dem Sicherheitsrat mit einer gemeinsamen Stimme sprechen kann. Und wir haben in anderen Konflikten ja gesehen, wie groß der Unterschied ist, wenn man es mit einer einheitlichen Stimme, einem einheitlichen Ansatz der internationalen Gemeinschaft zu tun hat. So gesehen, der Vorwurf der Halbherzigkeit ist sicher in vielen Punkten berechtigt, keine Frage. Ich glaube, es hat auch sehr viel damit zu tun, dass jede Form einer militärischen Einmischung, wenn ich es mal so nennen darf, natürlich auch regionale Konsequenzen hätte und Reaktionen hervorrufen würde derjenigen, die das Assad-Regime unterstützen. Ich glaube, das darf man in keinster Weise unterschätzen. Die große Enttäuschung in der Region war natürlich die rote Linie, die Obama bei den Chemiewaffen gezogen hat und wo er dann nicht bereit war, dieser Drohung dann im Endeffekt die dann umzusetzen und daraus Konsequenzen abzuleiten. Und man konnte sehr genau sehen am Anfang des Konflikts, wie das Assad-Regime die Reaktion der internationalen Gemeinschaft ausgetestet hat. Am Anfang waren es die Polizei, die Armee, danach waren es schwere Waffen. Dann wurde die Luftwaffe eingesetzt und am Schluss ja sogar Raketen auf die eigene Bevölkerung. Das heißt, das Assad-Regime hat sehr genau und wir haben das aus New York verfolgt, bei jedem Schritt geachtet darauf, reagiert denn die internationale Gemeinschaft? Greift sie denn ein? Verhindert sie dieses Töten von Zivilisten und dieses Massensterben von Zivilisten? Und es ist eben nichts erfolgt. Und das war dann letztlich natürlich der Freifahrtschein für das Regime, den Krieg so zu führen, wie man ihn führen möchte und dazu gehört eben leider auch die humanitäre Hilfe. Es gibt ja immer noch 350.000 Menschen, die eingeschlossen sind und wo Hunger als Waffe benutzt wird, überwiegend von Assad, aber auch von Teilen der Opposition, das muss man dazu sagen. Sie haben vorhin erwähnt, train and equip, dieses Programm der USA, das in Jordanien angelaufen ist, jetzt auch in der Türkei. Ob diese Kräfte, die jetzt ausgebildet werden, das sollen ja dann pro Jahr 5.000 sein, die ganz sorgfältig ausgesucht und trainiert werden. Die Frage, die sich natürlich damit verbindet, ist, wenn man so eine Truppe ausbildet, gibt man ihr dann auch den nötigen Schutz? Und ich glaube, darauf spekuliert die Türkei sehr stark. Genau, Air Protection und nicht nur Air Protection, sondern die Frage eben, gegen wen kämpfen sie? Auch hier glaube ich, das ist nicht ausgemacht. Die USA wollen eindeutig den Kampf konzentrieren auf ISIS, nicht auf Assad und die Frage, wie schützt man diese Truppen, die man so sorgfältig ausgebildet hat? Ist das eine Art Flugverbotszone durch die Hintertüre? Und ich glaube, das ist natürlich das, was der Türkei vorschwebt. Ist man dann aber bereit, sich wirklich auf die entsprechenden militärischen Auseinandersetzungen mit Syrien einzulassen? Ich habe da noch gewisse Fragezeichen. Trotzdem kann natürlich der Druck auf das Regime dadurch erhöht werden. Das ist auf jeden Fall die Erwartung, die sicher bei vielen besteht. Das war ja das, was ich vorhin versucht anzudeuten. Also kriegt man eine Flugverbotszone durch die Hintertür mit all den negativen Konsequenzen oder macht man jetzt einen offensiven Kampf dafür, dass es die international geführt gibt? Also das ist ja, finde ich, die Frage, die man sich stellen muss. Weil ich glaube, durch die Hintertür wird es de facto, also wird es, glaube ich, kommen. Man bildet nicht 5000 speziell aus und sagt dann jetzt rein und good luck with the bombs of Assad. Also wäre militärisch zumindest sehr überraschend. Und da glaube ich, selbst wenn die Amerikaner das an sich nicht wollen, kommen sie dann in so eine Dynamik rein, wo sie kaum noch was dagegen tun können. Zumindest für die Zonen, wo dann diese speziell Ausgebildeten kämpfen, kann ich es mir kaum vorstellen, dass sie denen nicht irgendeine Air Protection geben. Das wäre sehr überraschend. Von daher ist doch eher die Frage, lassen wir das jetzt einfach so laufen und de facto wird es kommen? Oder man sagt, um eigentlich diese UN-Resolutionen umzusetzen gegen die Fassbombe etc. Braucht man eine Art Flugverbotszone und man macht das eben offensiv und diskutiert darüber und sagt, es gibt eine Resolution dafür, die Chapter 7 sogar vorsieht und wie setzt man das um? Und da habe ich so das Gefühl, wenn es eben durch die Hintertür kommt, kriegt man wahrscheinlich negativere mit Collateral Damage, als wenn man das versucht anzugehen. Und da würde mich interessieren, wie Ihre Position dazu ist. Also ich glaube, es ist natürlich richtig, dass es gelungen ist, im Sicherheitsrat, jetzt im humanitären Bereich und bei den Chemiewaffen zumindest einen gewissen Konsens herzustellen. Aber ich glaube, wir dürfen uns trotzdem nicht der Illusion hingeben, dass es in irgendeiner Form gelingen könnte, im Sicherheitsrat eine Resolution zu bekommen, die eine Flugverbotszone autorisiert, die eine Pufferzone autorisiert oder die irgendeine Form des militärischen Eingreifens autorisieren würde. Ich glaube, das ist weiterhin klare rote Linie für Russland und für China. Das wird nicht vorkommen. Deswegen das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, so wie Sie das erwähnt haben, eben durch die Hintertüre. Und zwar ist das natürlich für das Assad-Regime nur dann akzeptabel, wenn der Kampf sich in erster Linie gegen ISIS richtet. Und ich vermute, das ist auch die Überlegung der USA, dahinter. In dem Moment, in dem man Truppen schützt, die gegen das Assad-Regime kämpfen, mit amerikanischen oder türkischen Flugzeugen, in dem Moment ist man natürlich in einer militärischen Auseinandersetzung und müsste aus rechtlichen Gründen auch ein Mandat des Sicherheitsrates dafür haben. So gesehen, ich glaube, da sind weiterhin klare Grenzen gesetzt und deswegen ist meine Erwartung in dem Bereich eher begrenzt. Vielen Dank. Wir kommen jetzt schon zum Ende dieses Panels. Jetzt haben wir natürlich dadurch schon den Titel im Prinzip für die nächste Veranstaltung Syrien-Politik durch die Hintertür, bei der wir dann evaluieren können, wie weit wir mit diesen Vorstößen der verdeckten Art gekommen sind. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie zu diesem schwierigen Thema, bei dem eben Fortschritte wirklich mühsam und in Millimeterarbeit nur zu machen sind, uns Ihre Gedanken mitgeteilt haben. Ich bedanke mich bei allen, die heute hier waren in der einen oder anderen Funktion, ganz besonders beim Publikum, das sehr aufmerksam und auch mit vielen Fragen und viel Feedback in den anderen Panels hier bei uns war. Ich danke der Zentrale für die Organisation dieser Konferenz. Barbara, ich finde, dass du eine wunderbare Schirmherrschaft hast und ich danke Bauke Baumann und Birgit Arnold und Michaela Birk, die hier alles so gut zusammengehalten haben, zusammen mit Adopt a Revolution, wo ich insbesondere gerne Elias Perabo und Ferdinand Dürr noch einmal erwähnen möchte und ich bedanke mich bei den Herren und ich weiß nicht, ob auch Damen in den Euro, ja wunderbar, zwei Damen, die hier den ganzen Tag tapfer für uns gedolmetscht haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dass Sie bis jetzt so aufmerksam bei uns waren, gibt mir die Hoffnung, dass Sie sich um 19.30 Uhr wieder einfinden, wenn wir das Buch Die schwarze Macht vorstellen. Der Autor Christoph Reuter wird im Gespräch mit der niederländischen Publizistin und einer Ostexpertin Petra Stinen hier sein und es wird sicherlich eine sehr spannende Veranstaltung, also schweifen Sie nur kurz ab und kommen Sie dann auf jeden Fall hierhin zurück. und heute Abend 19.30 Uhr hier. Weiterhin, wenn es Ihnen dann immer noch gefällt, dann kommen Sie gleich morgen Abend noch einmal. Dort wird noch einmal der Film auf der Seite der Braut gezeigt, in diesen Räumlichkeiten. Den Regisseur konnten Sie auf dem Flüchtlingspanel hier erleben. Also bleiben Sie uns treu, seien Sie unsere Gäste. Vielen Dank.